Musik Aus drei wird eins. Die Liebenzeller Gemeinden aus Liedolsheim, Eggenstein und Linkenheim schließen sich zusammen zur Liebenzeller Gemeinde Harz. Wir sind eine lebendige christliche Gemeinde für alle Generationen. Du bist herzlich willkommen. Wir laden dich ein, Gott kennenzulernen und eine lebendige Beziehung zu ihm zu leben. Die Bibel ist unsere Grundlage. Gemeinsam leben wir aktiv unserem Glauben. Wir feiern gemeinsam Gottesdienst und laden so unterschiedlichen Angeboten für verschiedene Zielgruppen in den Orten ein. Unser Motto? Gemeinsam glauben leben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!